Willkommen bei der 14. Etappe der Vuelta Espana bei Cycling 4 Freaks. Wir sind in einer sehr sehr spannenden Etappe. Dieser Berg, dieser letzte, ist halt überhaupt nicht steil, aber halt lang und hat durchaus harte Prozentzahlen. Also es könnte was für Bergfahrer sein, vermutlich eher was für bergfeste Klassiker, die dann allerdings auch abfahren können, weil danach eine Abfahrt kommt. Viel Abstand kann man hier nicht bekommen. Also es ist ein sehr sehr spannendes Ende. Ich weiß nicht, ob ich für Jaroslaver fahre, ob ich für Vanessa fahre, ob die Mito eine Chance hätte. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Wir versuchen auf jeden Fall in eine Gruppe zu kommen. Dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt Lust habe zu fahren. Ich denke nicht, dass ich gewinnen kann, aber wir werden es am Ende sehen. Ein verdammt langes Rennen heute. Wir haben noch 124 Kilometer zu fahren. Seidel und Morgenstern sind in einer Gruppe. Wir haben 10 Minuten Vorsprung. Ja, Seidel ist leider mit 200 Kraft weniger gestartet. Das heißt, da muss man gucken, ob wir vielleicht mitkommen mit den anderen oder nicht. Aber es wird eine interessante Sache. Vielleicht haben wir eine Chance, je nachdem, wie jetzt ab dem Berg hier vorne gefahren wird, ob da hart gefahren wird oder nicht, haben wir eine Chance durchzukommen. Denn hart gefahren wird aber keine Chance. Aber hier werden wir durchaus 6-7 Minuten verlieren an dem Berg, selbst wenn wir voll rot durchziehen. Von daher spannend. Wir müssen noch den Fahrer von Lula loswerden, der nicht kooperieren wird. Von daher müssen wir nochmal attackieren. Da verlieren wir nochmal Kraft. Ja, mal gucken, wie es wird. Wir sind gespannt und dann hoffen wir mal, dass nicht zu hart gefahren wird. Jetzt sind es noch 63 Kilometer. Die Gruppe hat aktuell 9 Minuten Vorsprung. Es wird jetzt hinterher gefahren. Mal gucken, wie viel Vorsprung wir halten können. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass 7 Minuten definitiv reifen am letzten Berg. Es könnten sogar 6 reichen. Allerdings müssen wir noch die Lula-Fahrer loswerden. Das heißt, wir brauchen nochmal eine rote Attacke. Da verlieren wir noch ein bisschen Kraft. Ja, wird eine knappe Geschichte. Wird eine spannende Sache. Ich schaue mal, ob wir das schaffen können. Und dann müssen wir wieder glückten Sprint haben. Oder Poite gewinnt meine Partappe, was auch in Ordnung ist. Überraschenderweise sagt Jula, er möchte mitfahren. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, wir haben jetzt ziemlich viel verloren im Flachstück, weil hinten wirklich sehr, sehr hart gefahren wurde. Wir haben jetzt nur noch 6 Minuten 48 Vorsprung. Ja, dadurch, dass wir nicht attackieren müssen, haben wir natürlich einen kleinen Vorteil, dass wir wirklich da ein bisschen sparen an Kraft. Wir sind zu dritt. Das spart auch an Kraft. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. 83 Flach ist auch schon wirklich eine Hilfe für ihn. Und dann gucken wir mal, dass wir da vorankommen. Morgenstern lasse ich jetzt schon fallen, dass wir da auch eine gute Chance haben. Piet Ruschli verliert seinen Helfer. Und dann schauen wir mal, wie wir den Berg überstehen. So, das erste steile Stück des Berges überstanden. Und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt nur ein bisschen mehr als eine Minute verloren. Nicht mal eine Minute. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir durchkommen können. Es sind auch nur noch 15 Kilometer bergauf. Sechs Minuten Vorsprung noch. Dann ist eine Abfahrt. Bei der Abfahrt verdienen wir mit den Werten so gut wie nichts. Frau Ongor fährt auch schon, der jetzt gar nicht die schlechtesten Werte hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt langsam den Berg hochgefahren sind, sondern wir haben es schon versucht. Aber überraschend verlieren wir wenig. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut für uns. Mal gucken, ob die Einigkeit bestehen bleibt oder ob hinterher noch gefeifelt wird. So, wir sind jetzt kurz vorm Ende des Berges. Wir haben immer noch 4 Minuten 46 Vorsprung. Hinten sind schon die besten Fahrer gefahren. Die Mitro ist leider abgehangen. Das war auch klar mit der Form. Das war zu erwarten. Ich fahre jetzt hinterher. Ein paar Kilometer bergauf, ein paar Kilometer bergab. Sollte noch okay sein. Vielleicht fahre ich auch bei dem einen oder anderen ran. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Attacke. Ansonsten vorne sind wir durch. Ich werde mal gucken. Wie gesagt, ich bin mit 200 Kraft weniger gestartet. Das heißt, die anderen werden mehr Kraft haben als ich. Ich glaube zwar ein bisschen mehr Sprint. Ja, mal gucken. Sobald der erste rausgeht aus dem Tempo, werde ich auch rausgehen aus dem Tempo. Das ist mein Plan. Und dann werden wir sehen, ob wir am Ziel was erreichen können oder nicht. Top 3 ist schon mal ein gutes Ergebnis für mich. So, die Gruppe ist wie erwartet durchgekommen. 3 Minuten Vorsprung. Hinten hatte ich nochmal Vanessa attackiert. Allerdings hingen diese ganzen Fahrer an mir dran. 3 Fahrer von Odedigo Lula. Einer von Alive and Dead. Sodass ich da nicht mehr fahren konnte. Aucic ist dann geblieben. Hier hinten. Dimito. Auch noch gerade so innerhalb der Regenerationsgrenze. Mal schauen, wie es morgen wird. Morgen alles ein bisschen steiler, ein bisschen heftiger. Aber nicht ganz zu lang. Vorne müssten wir Zweiter geworden sein. Können wir nochmal klicken. Hier hinten ist Marucic ganz gut mitgefahren. Vorne sind wir Zweiter oder Dritter sogar nur. Zweiter. Naja. Zweiter Platz. Wirklich gut. Also interessante, spannende Etappe. Ausreißer, Siege sind schön. Glückwunsch an Bright. Und bis bald. Tschüss! sworn 05, 1 06, multif 2 Das war 2. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018